Ja, das wird ne geile Map, ey. Sehr anspruchsvoll, die Strecke. Über 1 Minute Fahrzeit. Einen Fehler und das war's. Aber schaut selber. Hier kann man schon mal leicht ein Ding an der Waffe kriegen. Ja, der Schwung ist auch geil. Ich glaub der ist ein bisschen hängen geblieben. Was ist das? mal speedfundserver 60 bis 90k speedfundserver 60 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 Passiert Es sollte zwar nicht passieren aber es passiert halt trotzdem immer wieder Und dann Da 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 Machen wir heute so wie es Musik Hm, Sechster Hi Hihoha Let's go Boah, das war knapp Jetzt war richtig knapp Man muss sich so konzentrieren ey das Wahnsinn Ding Dong Ding Dong Ding Dong Und das war's Für manche Hehehe Nee, noch ne Runde Hehehe Das war's Hoh Ich habe einen kleinen Hoh Machen wir jetzt Ich habe einen kleinen Hoh Drei Vielen Dank. Das ist knapp vom zweiten. Müsste letzte Runde sein jetzt. Oh. 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 Scheiße. Jetzt mit Volldampf durch. Oh. 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 Das war's. Und weggebombt wieder Fütter. Das war's. Das war's.